So, meine Freunde, willkommen zurück zu Silent Hill, The Room, Henry wird wahnsinnig in seinem Apartment. Ich weiß gar nicht, ja doch, wir waren im Wald und als wir aus dem Wald raus sind, haben wir uns die Milch geholt, die Schokoladenmilch und jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Was sind das für Geräusche? Hm, ich glaube, die kommen aus dem... aus dem Tunnel. Hallo, hallo? Da, jetzt einsteigen. Er hat sich irgendwie selbst bewegt. Einen wunderschönen guten Abend. Und Mr. Windwatch, willkommen. Ähm, ja, wir sind wieder im Wald. Ähm, ja, wir sind wieder im Wald. So, wir mussten zum... zum Wischhaus, glaube ich. Ähm, ja genau, zum Waisenhaus. Zum Wisch-Waisenhaus. Ja, da sind sie wieder, die scheiß Fliegen. Na gut, jetzt haben wir so eine Schokoladenmilch mitgebracht. Mal schauen. Ähm. Oh, wo uns jetzt reinlässt. Ich will da rein. Oder du griffst mit dem Stock. Ich bin wirklich... ...verweig. Ich bin... ...verweig. Ja, hier hast du. Oh Mann, das war großartig. Hier, mach das. Es ist etwas geschrieben. Es ist etwas, was ich da bin. Eine Schaufel. Das ist ja nicht mal eine Schaufel. Das ist eine kleine Schuppe. Was soll ich damit? Mit einer blutigen Aufschrift. Blutbeschriebener Spaten. Gegenüber, wo ich sehe und haustreffen, in der Hand, die sich am Boden festhält. Okay. Sion House treffen. Sion House. Wo war denn hier ein See? Na, eigentlich, wo wir vorhin... ...wohergekommen sind, ne? Da war ja dieser... Das passt da. Einfach hingehen, egal. Das muss richtig sein. Ja, genau. Das muss richtig sein. Hier, wo ist auch ein See? Kann man irgendwas buddeln? Oh, hm, eine Götin oder so? Hier irgendwas... Okay. Versuchen. Hier schon mal nicht. Auch nicht. Okay. Nehm ich auch nicht durch. Es ist der Toluca-See in Silent Hill. Es ist wunderschön, aber strahlt auch irgendwas Trauriges aus. Okay. Es ist der See, auf jeden Fall. Und jetzt ist die Frage... Ah, das muss ja nicht hier sein, ne? Das könnte ja auch... Wunder sein. Oder so, keine Ahnung. Hm. Vielleicht hier vor dem Schild. Ist doch irgendwas vergraben. Ich muss irgendwas vergraben sein. Ich denke mal, es ist eine offensichtliche Stille. Wie man direkt... Wo man direkt erkennt, dass man da graben muss. Vielleicht hier irgendwo. Nee, das hatten wir alle schon. Hier ist nix offensichtliches. Hier sehe ich nicht, dass sie irgendwas ist. Ist da irgendwas? Ich glaube nicht. Es muss irgendwo... Es muss draußen sein. Muss es? Ach, scheiße. Das ist doch Mist. Das ist doch schon wieder Mist. Ich fange an und direkt... Wo sich Haus und See treffen. Was weiß ich, wo das sein soll. Wo sollen sich denn Haus und See treffen? Weil der See ist hier hinten raus. Und der geht einfach rum, ne? Guck mal, der guckt irgendwo hin. Ich kann es nicht entziffern. Irgendwann eine Göttin oder so. Ist da hinten irgendwas? Oberkörper fehlt. Nein. Hier. Verdammt auch nicht. Jetzt ist irgendeine Fackel. Ich gehe fast davon aus. Es ist hier nicht... Eine Hand. Was meinst du mit einer Hand? Verstehe ich jetzt nicht. Habe ich wieder irgendwas vergessen? Was mir irgendein... Verrückt, der hier im Spiel gesagt hat? Achso. Es stand da im Text. Man kann leider nicht mehr... Es geht nicht. Man kann es nicht mehr lesen. Man kann es lesen, wenn man es aufgehoben hat. Aber dann ist es vorbei. Was ist das Viecher hier? Ja, höll ich. Ob du... Kackvieh. Hier ist nix. So arschdunkelig, ja? Hä? Sch... Hmm. Kinder-Spielzeuge. 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 Vielleicht ein Grabstein. Kann ja auch sein. Guck mal hier. Hier wurde ein Grab ausgehoben. Auf dem Boden. Da sagen sie, stehen die Zahlen 1, 1, 1, 2, 1. Hier steht nirgends was interessantes drin. Steht hier. Kann nicht lesen. Herr Nui, was kannst du eigentlich? Geht dort und ihr wartet erzittern aus Angst vor dem Abstieg der heiligen Mutter. Okay. Verdammt. Hätte er sein können. Beste Wünsche für Wischhaus. Nee, auch nicht. Die besten Wünsche. Geht dort und euer Heim soll der Hölle gleichen bei der Macht des Herren. Alles klar. Ich denke, es ist ein Schlüssel vergraben. 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 Das muss das Klopfen an Mitglied dieser religiösen Gruppe aus Silent Hill sein. Verdammt. ich hatte Hoffnung das Spiel hat alles genommen das Spiel gibt und das Spiel nimmt aber es gibt mir nichts das ist jetzt von außen verschlossen also wir haben die Gräber die bringen überhaupt nichts das sind die Schöstergebücher 8. April das haben wir ja auch glaube ich am Auto gefunden meine ich die Brunnen die sind ja zu dunkel alle Das ist schon wieder ein Krach hier, ehrlich. Jetzt müssen wir nochmal zurück zum Apartment. Damit sich was ändert. Ich wüsste jetzt nicht, was das Spiel von mir will, jetzt gerade. Wo muss ich die... Der ist immer noch am Nippeln da. Am Nippen, nicht am Nippeln. Am Nippen, der ist immer noch am Rum Nippen. Wie lange trinkt der denn da? Verschlossen. Ja, in dem Teil ist das irgendwie nicht möglich. Das haben die echt... Was ich auch nicht... Was sich die dabei gedacht haben... Ach, guck mal, mit Select. Doch, das geht. Ups. Wir nehmen alles zurück. Gegenüber, wo sich... In der Hand, die sich am Boden festhüllt... Also mit Select müssen wir uns merken, mit Select kann man die... Also ganz ehrlich, wer legt denn sowas auf Select? Select benutzt man nie. Das weiß man aber. Muss ich die Hände am Boden festhalten? Wo soll ich auf Hände ab? Oh nein. Okay. Wie ist das?